Musik Jo, Freunde, es sind auch Sie hier und damit herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo für die Singles-Liga der NPBS Season 5. Ja, in dieser Season haben SustainTV, Kentucky und ich uns etwas ganz Besonderes überlegt, denn wir werden in dieser Season zwei Ligen haben. Eine Singles-Liga und eine VGC-Liga. Dabei werden Kentucky und Marcel sich um die VGC-Liga kümmern und ich mich um die Singles-Liga. In der letzten Season, die ich ausgesetzt habe, also in der Season 4, hatten Marcel und Kentucky die Idee mit der VGC-Liga, die wirklich sehr, sehr gut geklappt hat und nun wollen wir das allererste Mal zwei Ligen während einer Season ausprobieren, wobei die Singles-Liga auf Showdown und die VGC-Liga auf Wi-Fi standfinden wird. In diesem Video erfahrt ihr also alles über die Singles-Liga, also wie der Draft genau funktionieren wird, welche Regeländerungen es gibt, welche neuen und alten Teilnehmer dabei sein werden. Außerdem gibt es noch einen Community-Discord-Server, Merchandise und zum Schluss gibt es noch die wichtigsten Termine für euch. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und schaut das Video bis zum Ende. Fangen wir mit dem Draft an. Wie in jeder Season haben wir auch in dieser Season eine eigene Tierlist erstellt, wobei jeder Teilnehmer elf Pokémon draften wird. Wichtig hierbei ist, dass jeweils zwei Tier 1, zwei Tier 2, zwei Tier 4 und zwei Tier 5 Mons sowie drei Tier 3 Mons gepickt werden müssen. Dabei dürfen Pokémon hochgedraftet, jedoch nicht runtergedraftet werden. Kommen wir zu den Regeln. Dynamax und den Giga-Dynamax sind natürlich verboten. In dieser Season haben wir außerdem wieder ein Playoff-System. Hier kommen Platz 1 bis Platz 7 am Ende der Hinrunde in die Playoffs, eine Rückrunde wird es dabei nicht geben. Hierbei werden Platz 7 gegen Platz 2, Platz 6 gegen Platz 3, Platz 5 gegen Platz 4 antreten und der Erstplatzierte überspringt quasi eine Runde und muss im Halbfinale gegen den Gewinner von Platz 4 gegen Platz 5 ran. Und wie vorhin erwähnt haben wir in dieser Season einen eigenen Community-Discord-Server, den jeder von euch free joinen kann. Außerdem findet ihr dort ein Tippspiel zu jedem Spieltag, sei es für die Singles oder für die VGC-Liga. Merchandise haben wir übrigens auch, wo ihr Tassen, T-Shirts, ETC findet und ihr euer jeweilige Lieblings-Logo dort anpasst und es auch bestellen könnt. Jetzt werden sich die neuen Teilnehmer für die Singles-Liga der NPBL Season 5 vorstellen und danach gibt es noch die wichtigsten Termine. Yo, mein Name ist Bermond Gabriel und ich bin zum ersten Mal dieser NPBL Season dabei. Ich werde das Team der Iga-Lima-Empoleons betreuen und ich hoffe natürlich, dass einige von euch sich dafür entscheiden werden, das Team der Böller-Busse zu unterstützen. Hallo, ich bin der Christian und mit meinen altertümlichen Silver-Hausgöttern werde ich die NPBL in der fünften Season aufmischen in Lactenus Asta Antibus Ludicum Comprica. Hallo, mein Name ist Drake und ich bin der Teamleiter von den Crystal Flames in der NPBL. Ich freue mich auf euch. Yo, hier ist der Full Life Games, der Coach des Teams Kleinstein Skate und sind wir mal ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, was ich hier mache. Ich putze hier nur. Yo Leute, ich bin Jonas aka YoGamerYo und es ist mir eine Ehre, hier in der fünften Season der NPBL als Underdog der Underdogs mit meinem Team Boom Boom Gorilla Boom antreten zu dürfen. Auch wenn ich von außen betrachtet nicht wirklich der allerbeste Competitive Spieler bin, sollte sich jeder trotzdem sehr, sehr warm anziehen, denn ich weiß, dass ganz tief in mir ein gewisses Potenzial schlummert. Und was klappt Leute, ich bin Flo aka LostPBH, Pokémon Drug Format Anfänger und ich verjage alle meine Gegner bei der NPBL Season 5 mit dem Gejaule von meinem Volverer-Bruder. Yo Freunde, mein Name ist Celos und ich werde in dieser Season mit den Raging Zerboros antreten und versuchen wie in Season 2 den Titel für mich zu gewinnen. Ja Freunde, ich bin Daniel Slugs und ich trete in dieser NPBL Season mit dem Team Singing Stars an und mein Ziel wird sein, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oder so ähnlich. Wir haben uns hier absolut versammelt, um den wunderbaren Panda-Bären zu huldigen. Das ist schon ziemlich Pendacore, oder? Also ich bin der Rudelrocker und wir freuen uns auf eine schicke Season. Und ja, Hallöchen. What's up Partypeople, ich bin Patrick vom Kanal Sugar Gaming und bin dieses Season Single. Ähm, Falsches Klappt, Falsches Klappt. Bin dieses Season in der Singles Liga mit dabei, mit meinem Team Ultimate Overdrive und ich hoffe, wir kriegen ein paar schöne Kämpfer zusammen. Peace out. Yo, was geht? Ich bin Winikron. Ich bin diese Season der NPBL auch mit dabei. Mal schauen, ob ihr mit mir und meinem Team Roadrunner mitteilen könnt. Ey yo, mein Name ist ja Mario und ich bin der coolste Motherfucker, der in dieser scheiß Liga teilnimmt. Ich habe gesehen, dass die anderen Teilnehmer beim Pokémon-Spielen ziemlich lost sind. Und ich warte ist, bis ich realisierte, dass ich fucking Gott bin. Und ich habe die fucking Poké-Am gewonnen. Denn niemand war von euch bisher in Wales. Aber Wales war an euch, denn ihr wurdet gefickt vom Dragon. Time. Peace out. So, kommen wir zu guter Letzt zu den wichtigsten Terminen. Nächste Woche, also am 22. Januar, wird der Draft für die Singles Liga stattfinden. Dieser wird auf dem guten Twitch-Kanal vom Glibern-Pok-Galaxy-Stand finden, weil das auf meinem alten Laptop leider nicht geht. Also ich hätte das gerne auf meinem Kanal gestreamt, aber bei mir klappt es leider nicht. Deswegen findet das beim guten Pok-Galaxy statt. Und eine Woche später, also am 29. Januar, gibt es dann die Kadervorstelle und am 5. Februar findet der erste Spieltag statt. Dieser findet freitags in stündlichen Abständen von 13 bis 18 Uhr statt. Schaut auch unbedingt in die Videobeschreibung, denn dort kommt ihr zu allen Teilnehmern, zum Community-Discord-Server, zur Twitter-Seite, zur Tierlist-Spieltage und zu den ausführlichen Regeln der NPVS Season 5. Heißt, Leute, einfach mal durchklicken in der Videobeschreibung, die ganzen Teilnehmer abonnieren, dass ihr dort auch kein Video verpasst, Merchandise vorbeischauen, Community-Discord auf jeden Fall joinen, Leute. Dann da können wir alle zusammen miteinander schreiben. Ich bin da draus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Seid ihr gehypt, ihr auf die NPVS Season 5 schreibt es mir gerne in die Kommentare. Haut rein, bis dann und ciao.